Die nächste Stelle, die wir jetzt durchgehen bezüglich der Irrlehre, ist in Kolosser Kapitel 2. Hier lesen wir nämlich auch einen wirklich sehr interessanten und einen kraftausdrückenden Text, der uns wirklich nochmal Klarheit darin schenkt, womit wir uns selber vergleichen können, wo wir uns selber sehen können, denn wir wissen ja, das Wort Gottes ist ein Spiegel und wir wollen das auch immer wieder so anwenden. Wir wollen den Spiegel nehmen, wir wollen uns betrachten, nicht irgendjemand, nicht sagen, oh, guck mal, die Predigt ist perfekt für dich. Nein, stell dich mal selber jetzt hin und stell dir selber die Frage, denn gerade wo ich das jetzt hier spreche, ist es für mich auch wieder, ich lese es und werde selber mich prüfen und prüfe mich und werde selber vom Herrn immer wieder angesprochen. Er wirkt durch sein Wort und wir wollen uns schauen und uns verändern lassen vom Herrn. So lese ich einmal den Text und den lesen wir in Kolosser Kapitel 2, Abvers 20. Hier steht drin, wenn ihr nun mit Christus, den Mächtigen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzerrt werden. Es sind Gebote und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Es ist eine wirklich sehr, sehr gute Verbindung zu dem ersten Teil, den wir ja gehört haben jetzt, wo es an Matthäus über die Pharisäer und Schriftgelehrte geht, die ja Lehren lehren, die nur Menschengebote sind. Denn diese Selbstkasteiung, die wir jetzt hier aus diesem Abschnitt auch heraus hören, ist wirklich eine Kasteiung dessen, dass wir unser Fleisch befriedigen. Ich muss hier an dieser Stelle einfach mal an Luther denken, denn er hat sich wirklich tief mit dieser Thematik beschäftigt, dass er wirklich sein ganzes Leben hingegeben hat, dafür, um das Wahre zu finden. Er hat stunden, tagelang auf den Knien gebetet, nicht in Jesus Christus, sondern in dem, dass er selber seinen Körper zerstört hat oder suchte zu zerstören, um die Wahrheit zu finden oder die Wahrheit dann denken zu erhaschen zu können. Wo auch viele seiner Mitbewohner, oder nicht viele, da einige waren, die gesagt haben, nein, also wenn du wirklich was suchst, dann musst du im Namen Jesus suchen. Aber er hat dann einfach in diesen Kasteiungen sich den Frieden gesucht. Und wir wissen das, dass viele das genau daran auch finden. Ganz besonders ist das in den Religionen einfach vorhanden. Wenn ich jetzt etwas Schlechtes getan habe, dann überdecke ich das mit dem, ja, ich habe ja da was Gutes gemacht. Ich war ja bei der Freiwilligen Feuerwehr. Oder, wie ich gerne mal sage, ich habe der Oma über die Straße geholfen. Oder ich habe da gespendet. Und ja, man versucht es auszugleichen. Und das ist einfach nur eine Befriedigung des eigenen Fleisches. Er sagt ja, in Vers 23 sagt er, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, aber sie sind nichts wert. Sie befriedigen nur das Fleisch. Diese auferlegten Gebote, die sie sich selber geben, sie befriedigen nur das Fleisch. Und wenn ich sage, okay, um ein Christ zu sein, lege ich mir auf, jeden Morgen Bibel zu lesen. Und wenn ich dann die Bibel nicht gelesen habe, was dann? Dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Mir geht es schlecht, dass ich dann den Morgen nicht die Bibel gelesen habe. Ja, ich muss zeugnishaft davon erzählen, dass ich selber in dieser Lage lag, dass ich selber da in dieser Verfassung eingefangen war, gefangen, wie in einem Gefängnis. Weil ich immer irgendwas, ich muss das, ich muss dies und muss jenes. Und es war zwar schön, es hat einen Schein von Weisheit gehabt. Einige haben sogar das bewundert, wie viel ich gelesen habe, wie diszipliniert in einem ich darin war. Aber habe ich davon was mitgenommen? Nein, ich hatte nur einfach immer wieder ein gutes Gewissen, wenn ich es gemacht habe und ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht getan habe. Und hatte dann auch immer sofort den Verdacht, wenn ich jetzt oder wenn mir da was passiert ist, das lag da dran, weil ich nicht das getan habe, was ich mir auferlegt habe. Und das war ja nicht in meinen Gedanken so, dass ich es mir selber auferlegt habe, sondern ich meinte, ich erarbeite meine Gerechtigkeit so. Wir kommen wieder auf den Punkt, was ist das Evangelium? Und das Evangelium ist Vergebung. Der Herr hat dir das vergeben. Deine Schuld, deine Sünden, dein ganzes Dasein ist vergeben. In, im Tod Christi. Wir sind nun in ihm bewahrt, in ihm und nicht in uns. Und wenn du meinst, du könntest irgendwas deiner Gerechtigkeit wegen tun, Fehlanzeige. Hier versuche ich mal nochmal ein Beispiel reinzubringen, damit wir ungefähr verstehen, was heißt es, in Christus zu sein. Also Wilfried Plock gibt dieses Beispiel mal gern. Schade, ich habe jetzt gerade nichts außer meinen Kugelschreiber, aber damit würde das jetzt klappen. Ich mache ihn jetzt aber nicht kaputt. Wenn ich diesen Kugelschreiber nehme und ich versuche ihn zu brechen, kein Problem, ich kriege ihn gebrochen. Vielleicht ist er nicht ganz kaputt. Und das macht er gerne mit einem Beispiel, mit einem Ast. Er bricht ihn und der Ast ist nicht ganz durch. Wir als Menschen, uns kann man schnell brechen. Und wir sind dann auch gebrochen, uns geht es nicht gut. Aber wenn ich diesen Stift jetzt nehme und ihn in ein dickes Eisenrohr mit durchstecke und ich habe jetzt hier ein, ja, sagen wir, 6 cm Durchmesser und 2 mm dickes, oder sagen wir jetzt 4 mm dickes Rohr, Meint einer von euch, dieses Rohr jetzt knicken zu können, Eisenrohr, Metallrohr? Nein, auf gar keinen Fall. Das kannst du nicht machen. Selbst der Stärkste der Welt, der schafft das nicht. Er kriegt dieses Rohr nicht mehr gebogen. Und das ist in Christus, in Christus. Da brauchst du nichts mehr. Das ist, die Gerechtigkeit ist nun vorhanden. Die Gerechtigkeit ist vollbracht. In Christus, der Vater sieht uns in Christus. In ihm sind wir gerecht und darin sieht er uns auch vollständig. Und das, das dürfen wir nicht vergessen. Denn in Christus werden wir erblickt vom Vater und die Gerechtigkeit ist auch die, die wir angezogen haben. Nun hier, die wir das hören, wie Paulus an die Kolosser schreibt, Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, den Mächten der Welt, die uns versuchen immer, nein, nein, du musst was tun und das ist nicht genug. Du bist ein schlechter Mensch. Deine Sünde ist viel zu groß, dass sie je vergeben werden kann. Die kann auf gar keinen Fall getilgt werden. Vergiss diesen Gedanken. Der kann nicht sein. Wobei das nicht mal ein Gedanke ist, sondern das ist das Wort Gottes. Steht, wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt gestorben seid, gestorben heißt, sie ist nicht mehr da. Es ist weg, tot. Was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen? Als lebtet ihr noch in der Welt. Warum lässt du dir wieder Dinge, Sachen auferlegen? Als würdest du noch leben. Aber du lebst doch gar nicht mehr. Du bist tot. Wie Römer 6 sagt. Du bist tot. Es ist nun vorbei. Diese Sache ist nicht mehr da. Die Sünde ist getilgt. Sie ist tot. Du brauchst dir dieser Sünde nicht mehr dienen. Deswegen warnt er dich gerade in Römer und sagt, dien doch nicht. Sei doch nicht gehorsam. So wie du gehorsam warst, der Sünde, sei nun gehorsam dem Evangelium, also dem Herrn Jesus Christus. Und gehorsam heißt, dass wir uns von ihm verändern lassen. Wenn du immer tiefer hineinschaust, also mit dieser Thematik werden wir auch ein Teil natürlich reingucken und wir bemerken, okay, ein bisschen ist es verständlicher, was Jesus für uns getan hat. Aber schau noch tiefer hinein. Was ist das Kreuz Christi? Was bedeutet das Kreuz anhand des Wortes Gottes? Was bedeutet das Kreuz für mich heute, für dich? Das müssen wir immer wieder beachten. Wir müssen tiefer hineinschauen. Was ist das Kreuz für mich? Was ist das Evangelium? Was ist diese Vergebung wirklich? Und so wirst du dich verändern lassen wollen, weil du verstanden hast, wer Christus ist und was er für dich getan hat. Und diese Irrlehren, die denn hier aufgebaut werden, denen wirst du nicht gehorsam sein. Du wirst es nicht, weil du weißt, was es ist. Deswegen sagt er zu Timotheus, bleib in dem, was du von klein auf gehört hast. Was du weißt in der sauberen, in der lauteren, in der gesunden Leere. Und das wollte ich dir jetzt einfach mal mitgeben. Und wir gehen noch weiter. Es gibt noch viele Bibelstellen. Das ist nicht alles. Zwei Bibelstellen haben wir jetzt geschafft. Vielen Dank.